Hydrantenschild Hallo Leute, heute wollen wir euch das Standrohr setzen zeigen und damit fangen wir an mit einem Hydrantenschild. Sieht wie folgt aus, oben steht der Durchmesser, in diesem Fall 100 mm und dann sind zwei Zahlen, einmal die 0,4, 0,4 Meter in die Richtung und 3,5 Meter in diese Richtung. Da finden wir den Hydranten. Hier unter diesem Deckel haben wir den Hydranten. Um den Deckel aufzumachen, habe ich so einen Schlüssel, der hat auf der einen Seite eine abgewinkelte Nase, mit der ich hier reinfassen kann und den Deckel hochliegen. Hier drin ist einmal ein Deckel zum Abdecken, damit kein Schmutz reinkommt. Und dann kann ich das Standrohr setzen. Dabei habe ich darauf zu achten, dass diese Verschraubung ganz runter gedreht ist. Dann wird das Standrohr hier eingesetzt und an diesen Griffen gedreht, so lange bis es fest ist. Jetzt kann ich meinen Standrohrschlüssel nehmen und mit dieser Seite das Ventil aufdrehen. Die beiden Ventile sind jetzt zu. Ich mache eins ein bisschen auf. Und dann wird das Ventil an einem Hydranten für den Betrieb immer ganz aufgedreht. Ja, so ist das Standrohr richtig gesetzt. Hier in Neuhaus haben wir überwiegend Unterfluohydranten. Es gibt aber auch eine andere Variante, den Überfluohydranten. Und den kann ich euch jetzt nochmal eben zeigen. Wir haben auf unserem Geländer einen Übungshydranten-Schild. Das ist unser Überfluohydrant. Der ist nur zur Übung und zur Anschauung. Also hier kommt kein Wasser raus. Und das ist auch nur ein Modell. Da gibt es auch noch verschiedene von. So, das war dieses Thema. Tschüss, bis nächstes Mal.